Was soll ich sagen? Das Leben wird immer teurer und nicht jeder Studierende hat das Glück, finanzielle Unterstützung von seinen Eltern zu erfahren. Viele Studierende müssen sich deshalb einen Nebenjob suchen, nicht selten mit 20 bis 25 Wochenstunden. Vielleicht hast du zwar keinen Nebenjob, bist aber bereits Mama oder Papa oder studierst gar berufsbegleitend. Wie auch immer deine Situation im Speziellen aussieht. Vielleicht hast du keinen Nebenjob, studierst auch nicht berufsbegleitend und hast auch keine Familie, aber eine Krankheit lässt es nicht zu, dass du mehr pro Woche lernst oder du willst es vielleicht auch gar nicht. Also wie auch immer deine Situation aussieht, dir stehen effektiv einfach weniger Stunden pro Woche zum Lernen zur Verfügung. Und das ist auch okay so, denn in diesem Videopodcast werde ich dir zeigen, wie du genauso viel und mehr schaffen kannst, sogar als jemand, der doppelt und dreifach so viel Zeit pro Woche hat wie du. Ich hatte zwar zu der Zeit, als ich noch studiert habe, keinen Nebenjob. Ich habe immer nur Jura-Nachhilfe gegeben, deswegen sitzen wir wahrscheinlich heute auch hier. Ich hatte zwar keinen Nebenjob, aber ich hatte eine extrem stressige Phase im Frühjahr 2016. Das war also jetzt zum Zeitpunkt, je nachdem wann du dieses Video siehst, ja es ist etwas weniger als sechseinhalb Jahre her. Und da bin ich parallel umgezogen, habe mein Repetitorium aufgebaut, habe mich also seinerzeit selbstständig gemacht, auf dem Papier im Dezember 2015. Aber so richtig anfangen konnte ich erst im Frühjahr 2016. Und ich musste noch meine Seminararbeit schreiben. Und ich weiß noch ganz genau, wie krass überwältigt ich einfach von all dem war. Und ich hatte gefühlt für keines der drei Dinge so richtig Zeit. Und viele der Dinge, die ich dir heute in diesem Videopodcast vermitteln möchte, spielen genau da rein und haben mir seinerzeit geholfen. Jetzt wirst du dich fragen, so Michael, erzähl mal. Wie schafft man denn genauso viel wie jemand, der doppelt und dreifach so viel Zeit hat wie ich? Ich will dir heute im Rahmen dieses Videopodcasts fünf Möglichkeiten dafür an die Hand geben. Zuallererst werde ich dir einen Effekt vorstellen, den du unbedingt nutzen musst. Du kommst gar nicht drum herum, wenn du effizient lernen willst. Wenn du also das schaffen willst, was andere schaffen, aber in weniger Zeit. Dann werden wir über das Lernen sprechen und was es in persönlicher Hinsicht braucht, um wirklich gut zu lernen und schneller darin zu werden. Dann schauen wir uns an, wie kann man eigentlich Aufgaben richtig bewerkstelligen? Wie teilt man sie sich ein und welches System kann dabei hilfreich sein? Dann wirst du dir die Zeit, die du hast, genauer ansehen und überlegen, wie kann ich mich in der Zeit sogar vielleicht noch jeweils für die eigenen Aufgaben beschränken und bessere Ergebnisse erzielen. Und zuallerletzt werden wir uns die simpelste, die einfachste, aber die am wirkungsvollsten, wenn man das denn steigern kann, Methode ansehen. Etwas, was für dich arbeitet, wo du selbst eigentlich nichts tun musst. Und ich will dich wirklich einladen, bis zum Ende dieses Videopodcasts dabei zu bleiben. Das Letzte, was ich dir erzähle, der Punkt 5, ist etwas, was unheimlich unterschätzt wird, was aber das Ganze fast schon mühelos macht, was du im wahrsten Sinne des Wortes teilweise im Schlaf erledigen kannst, wo aber viele sagen, ach, das wird mir nicht helfen und das brauche ich nicht und das ist doch alles Quatsch. Ich verspreche dir, das ist kein Quatsch und ich werde dir ganz am Ende des Videopodcasts genau zeigen, wie es geht. Beginnen wir mit Möglichkeit Nummer 1, in kurzer Zeit effektiv zu lernen. Und das ist, den Leverage-Effekt zu nutzen. Was ist denn nun überhaupt der Leverage-Effekt, für den Fall, dass du das noch nie gehört hast? Der Leverage-Effekt, von Englisch Leverage für Hebelwirkung, beschreibt allgemein Situationen, bei denen kleine Änderungen einer Variablen zu großen Ausschlägen im Resultat führen. Das dahinterstehende Prinzip lautet, weniger, aber besser. Eine Sache vielleicht noch, bevor wir uns den Leverage-Effekt genauer ansehen. Es ist extrem nützlich, wenn du effizient lernen und arbeiten willst, deinen sogenannten Chronotyp zu kennen. Wie du in dieser Abbildung erkennen kannst, solltest du bei YouTube schauen, gibt es ganz unterschiedliche Schlaf-Wach-Rhythmen. Und du siehst, dass eine Bevölkerungsgruppe mit, sagen wir einmal, 16, 16,5% hier am stärksten vertreten ist. Das sind diejenigen, die ihre natürliche Schlafenszeit zwischen 0 und 8 Uhr haben. Das sind gleichzeitig auch diejenigen, die morgens am besten funktionieren, 6 bis 7 Stunden später in ein Nachmittagstief fallen und abends nochmal vielleicht so zwischen 18 und 20 Uhr eine kreative Phase haben. Und wenn du zu einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe gehörst, dann wird sich das bei dir entsprechend verschieben. Und der Tipp, den ich dir geben kann, wenn du diese Abbildung, diese Chronotypen im Hinterkopf behältst, ist, wähl deine Lern- und Arbeitszeiten ganz gezielt nach deinem Chronotyp aus. Ich weiß also ganz genau, da ich zu dieser Bevölkerungsgruppe gehöre, die hier am stärksten vertreten ist, dass ich unbedingt die wichtigsten und auch schwierigsten Aufgaben des Tages morgens früh erledigen muss. Kommen wir im nächsten Schritt zu der Frage, wie du den Leverage-Effekt eigentlich überhaupt für dich nutzen kannst. Der erste Schritt besteht immer darin, eine All-die-Dinge-Liste zu erstellen. Keine To-do-Liste. Was meine ich mit All-die-Dinge-Liste? Eine All-die-Dinge-Liste umfasst, wie der Name schon sagt, all die Dinge, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die du jetzt gerade machst, die du in Zukunft machen willst, weil vielleicht eine Repetitorin oder ein Professor dir dazu geraten hat, Dinge, von denen andere Studierende, Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir meinten, sie seien besonders wirkungsvoll. Diese Sachen suchst du dir raus und banst sie alle auf diese Liste. Jetzt, wenn du diese Liste erstellt hast, ist es ganz wichtig, denn ansonsten wirst du den Leverage-Effekt nicht nutzen können. Es ist ganz wichtig, jetzt 80-20 zu denken, nicht 100-100. Das heißt, in vereinfachten Worten, wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, 10 Dinge aufgeschrieben hättest, dann würdest du jetzt dir einmal klar machen müssen, dass nur zwei davon für 80% der Resultate verantwortlich sind, die du aktuell erzielst oder erzielen würdest. Es ist natürlich nicht immer 80-20. Das behauptet das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel auch nicht. Es ist jedenfalls aber einseitig verteilt oder im Englischen lopsided. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Du musst dir also klar machen, dass bei 10 Aufgaben, 10 To-Dos, die auf deiner All-Die-Dinge-Liste stehen, dass nicht alle 10 jeweils zu 10% in die 100% eingehen, die du im Endeffekt als Resultat für dich erzielst. Du musst dir klar machen, nicht alle Sachen, die du machst, haben auch die gleiche Wirkung. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, 80-20 zu denken und sich zu fragen, welches Fünftel von meiner All-Die-Dinge-Liste Wenn es 10 Aufgaben sind, dann sind es 2, vielleicht auch 3, vielleicht sogar nur eine Aufgabe. Wenn es 20 sind, dann sind es vielleicht 4, 5 oder vielleicht auch nur 3. Welcher kleine Anteil der Gesamtaufgaben ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich Ergebnisse erziele und im besten Fall noch bessere als bislang? Lass uns im Folgenden ein paar Fragen durchspielen, die du dir stellen kannst, um die Hebelwirkung, um Leverage bei den einzelnen Aufgaben erkennen zu können. Welche 20% meiner Aktivitäten sorgen für 80% meines Stresses und Frustration? Welche 20% meiner Aktivitäten führen zu 80% meiner Zufriedenheit beim Lernen und gleichzeitig zu erfreulichen Ergebnissen? Und jetzt, wenn ich einen Herzinfarkt gehabt hätte und mein Arzt mir nur noch 2 Stunden Lernen pro Tag erlauben würde, wie würde ich diese Zeit nutzen? Wenn ich einen 2. Herzinfarkt gehabt hätte und nur noch 2 Stunden pro Woche lernen könnte, wie würde ich diese Zeit nutzen? Setz dich in Ruhe mal hin, mit einer Tasse Kaffee, einer Tasse Tee und beantworte einmal ehrlich diese 4 Fragen. Ruhig der Reihe nach, denn was du daraus erlangst, sind Erkenntnisse, die du im Folgenden für deine Lernstrategie verwenden kannst. Im letzten Schritt, um den Leverage-Effekt wirklich optimal nutzen zu können, wirst du eine No-Do-Liste erstellen. Nein, keine To-Do-Liste und auch keinen Backlog, keinen Rückstand. Du wirst eine No-Do-Liste erstellen. Dinge, die du gar nicht tun wirst. Dinge, die ab sofort verboten sind. Und das sind viele der Dinge, das werden viele der Dinge sein, die bei dem Beantworten der 4 Fragen herausgekommen sind und von denen du nun merkst, das sorgt für Stress und Frustration, das macht mir keinen Spaß und liefert mir auch erwiesenermaßen nicht die Resultate, die ich mir erhoffe. Und wenn ich mein kleines Gedankenexperiment durchspiele mit dem Arzt und zwei Stunden pro Tag und zwei Stunden pro Woche sogar nur lernen, dann bleiben diese Dinge auch sicher nicht übrig. Punkt Nummer 2. Entwickle dein persönliches Lernsystem. Automatisiere dich also selbst. Was ist denn mit Lernsystem überhaupt gemeint? Ein Lernsystem ist ein standardisiertes Schema, das du jedes Mal, wenn du einen Lernprozess durchläufst, abfährst. Es ist die Art und Weise, wie du lernst. Und diese Art und Weise musst du vorher festgelegt haben, weil du dich nur dann automatisieren kannst. Wenn du sagst, ich habe schon einige Lerntechniken und Methoden, vielleicht sogar Michael von deinem Kanal abgegriffen und probiere die jetzt aus, ist aber auch noch sehr viel vielleicht aus meiner Abi-Zeit übrig geblieben, wie ich mich damals in der Schule vorbereitet habe, dann lade ich dich ein, um zu testen, ob das, was du tust, wirklich effektiv und auch effizient ist, einmal mein Assessment zu machen. Mein Assessment zum effektiven Lernen im Studium und im Referendariat. Ich habe dir, wenn du bei YouTube schaust, den Link dazu einmal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld gepostet. Solltest du den Podcast hören, dann wirst du den Link dazu auf jeden Fall in den Shownotes finden. Ist ganz simpel, sind 14 Aussagen. Und du musst einfach nur einmal für dich ankreuzen, trifft das auf mich zu, trifft es teilweise auf mich zu oder so gar nicht. Und dann bekommst du einen Score ausgespuckt und kannst anhand der Scores erkennen, wie effektiv und effizient du bereits lernst. Zurück nun zu unserem Lernsystem. Und ich versuche dir einmal anhand einer Analogie zu erklären, wie dein Lernsystem grundsätzlich funktionieren sollte. Und ich versuche es mal am Beispiel einer Kaffeemaschine zu erklären. Bevor du dir überhaupt einen Kaffee zubereiten kannst, hast du Kaffeepulver oder Kaffeebohnen. Und in unserer Analogie ist das die Gesamtheit an Informationen, die du potenziell lernen könntest, aus Lehrbüchern und Skripten. Jetzt ist aber nicht alles von diesem Kaffeepulver oder alles der Kaffeebohnen für dich auch wirklich genießbar. Nein, was du eigentlich haben willst, sind die Aromastoffe und die müssen vorher extrahiert werden. Das heißt, um es aufs Lernen zu übertragen, du versuchst nun alle ungenießbaren Informationen abzusondern. Dinge, die du dir gar nicht merken möchtest. Was du dann im Wege der Filtration rausbekommst, ist etwas, was tatsächlich genießbar ist. Das wünsche ich dir jedenfalls, denn ich liebe Kaffee über alles. Das ist etwas, was am Ende übrig bleibt und was tatsächlich genießbar ist. Und es hat mittlerweile auch eine andere Form. Denn hier wirst du hergegangen sein, um es wieder aufs Lernen zu übertragen. Du wirst hergegangen sein und hast jetzt das, was du extrahiert hast, in eine andere Form überführt, nämlich im besten Fall in eigene Notizen. Das können Karteikarten sein, Zusammenfassungen, Mindmaps, what have you. Der erste Schritt in deinem Lernsystem besteht also immer in der Beantwortung der Frage, woraus möchte ich eigentlich lernen? Möchte ich ein Lehrbuch oder Skript heranziehen? Oder will ich vielleicht einfach Dinge aus einer Falllösung lernen? Wenn du das gemacht hast und einmal weißt, woraus du lernst, schaust du im nächsten Schritt, was davon möchte ich mir überhaupt merken? Denn nicht alles davon ist ja genießbar, wie wir eben gesehen haben. Und im letzten Schritt musst du dich fragen, was davon möchte ich mir notieren, um später von dieser Notiz auch zu profitieren. Denn du wirst dich ja, um diese Informationen wirklich auch langfristig behalten zu können, regelmäßig damit aktiv abfragen müssen. Aber da bin ich schon wieder beim Assessment und den einzelnen Lerntechniken und Methoden. Wenn du da genaueres wissen willst, mach gern das Assessment. Das Schöne an einem Lernsystem ist, dass du jetzt keine Zeit mehr verlierst, darüber nachzudenken, wie du jetzt genau beim Lernen vorgehen solltest. Weil du diese Entscheidung nämlich einmal getroffen hast, um dir künftig weitere Entscheidungen in dieser Sache zu ersparen. Das ist viel effizienter, als jedes Mal beim Lernen zu sitzen und sich zu fragen, wie man es jetzt genau machen sollte. Punkt Nummer 3. Wie sollen Aufgaben jetzt eigentlich genau erledigt werden? Ich empfehle dir die Erledigung der Aufgaben mittels Batch-Verarbeitung. Bei der Batch-Verarbeitung oder kurz Batching werden mehrere Aufgaben, die die gleiche oder eine verwandte Art von Aufmerksamkeit von dir verlangen, zusammengefasst. Dabei gibt es natürlich ganz verschiedene Arten von Aufmerksamkeiten. Es gibt eine schwebende Aufmerksamkeit, eine spielerische Aufmerksamkeit und eine analytische Aufmerksamkeit und viele mehr. Es ist auch nicht wichtig, ob du die genau benennen kannst. Du sollst nur überlegen, die Dinge, die ich tatsächlich mache, die, wenn du so willst, auf der La-To-Do-Liste noch übrig geblieben sind, kann ich die zusammenfassen, weil ich da ähnlich lerne, ähnlich arbeite. Warum ist es denn nun besser, mit Batch-Verarbeitung oder kurz Batching zu arbeiten? Batch-Verarbeitung zu nutzen, beugt dem sogenannten Attention-Residue-Effekt vor. Wenn du zwischen mehreren Aufgaben hin und her springst, die eine unterschiedliche Form von Aufmerksamkeit von dir verlangen, dann braucht es jeweils bis zu 25 Minuten, um sich auf die nächste Aufgabe einzustellen, um sich darauf einlassen zu können, weil nämlich ein Teil deiner Aufmerksamkeit in Rückstand ist. Dich beschäftigt, wenn auch unbewusst, noch immer die vorige Aufgabe. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie lässt sich diese Batch-Verarbeitung, das Batching praktisch für mich umsetzen? Ich habe seinerzeit für Studierende und Referendarinnen das Konzept der perfekten Woche entwickelt. Und ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, was die perfekte Woche ausmacht. Sie basiert auf dem Gedanken der sogenannten Tagesthemen. Das ist ein Konzept, was in die perfekte Woche einfließt. Die perfekte Woche ist eine Modellwoche, eine Woche, wie sie wäre, wenn sie wirklich perfekt liefe. Wo ich alle Aufgaben schaffe und genau weiß, wann ich was von meiner To-Do-Liste erledige und wann ich eben auch Pause habe und wann ich frei machen kann. Und die perfekte Woche und die Tagesthemen, das Konzept der Tagesthemen basiert darauf, dass du bei jedem Tag, an dem du lernst oder übst, von vornherein weißt, welche Art von Aufmerksamkeit von dir an dem Tag verlangt wird und welcher Art von Aufgaben du an diesem Tag nachgehen willst. Wenn du jetzt also sagst, das ist mein Tag, an dem ich Fälle löse, dann ist dein Tagesthema die Falltechnik oder das Falltraining. Wenn du sagst, das ist der Tag, an dem ich mir neuen Stoff drauf schaffe, dann ist das Tagesthema der Wissenserwerbe oder Kenntniserwerbe. Und wenn du sagst, an dem Tag schreibe ich immer Klausuren, Freitag oder Samstag ist es ja für die meisten, dann ist das dein Klausurschreibetag in Form eines Tagesthemas. Du musst dich also immer fragen, welcher Tag verlangt welche Art von Aufmerksamkeit von mir. Und dann legst du genau fest, auf welche Tage oder an welchen Tagen du einzelne Aufgaben von deiner To-Do-Liste kombinieren kannst, damit du effizienter im Vorgehen wirst, weil dein Gehirn nicht diesem Attention-Residue-Effekt unterliegt. An der Stelle, als wir jetzt ja viel über konzentriertes Arbeiten gesprochen haben und sich nicht so viel ablenken zu lassen, kann ich dir noch meine Videoreihe zur Deep Work ans Herz legen, die wir jedenfalls, wenn du bei YouTube schaust, dir jetzt hier einblenden werden in Form einer Infokarte. Was kann man noch tun, um effizienter zu lernen, wenn man wenig Zeit hat? Man kann einen Boxkampf gegen die Zeit führen. Jetzt wirst du sagen, was soll das denn heißen? Und der Blödsinn, den ich dir gerade erzählt habe, der geht auf den Begriff des Timeboxings zurück. Und beim Timeboxing geht es gerade darum, eine bestimmte Aufgabe in einer vorher bestimmten Zeit abzuschließen. Du begrenzt also die Zeit, die du einer bestimmten Aufgabe widmest, von vornherein. Wie in dem Beispiel von, ich werde von 9 bis 10 Uhr meine Karteikarten im Fach X fertigstellen. Anders als beim Timeblocking wird also hier von vornherein die Zeit für die Fertigstellung begrenzt. Beim Timeblocking würde man hergehen und sagen, ich werde von 9 bis 10 Uhr Karteikarten schreiben. Beim Timeboxing sagt man von vornherein, ich muss in der Zeit fertig werden. Diese Technik beugt dem Zeitverlust also dadurch vor, dass du von vornherein eine Frist für die Erledigung der Aufgabe festlegst und dich an diese Frist hältst. Warum funktioniert Timeboxing denn nun? Nun ja, nach der berühmten Formel von Parkinson füllt jede Art von Arbeit exakt die Zeit aus, die wir ihr dafür lassen. So wie Luft sich in jede Ecke eines Raums ausbreitet. Beispiel, ich gebe dir drei Wochen, um eine Hausarbeit zu schreiben und am letzten Abend sitzt du da und stellst dein Literaturverzeichnis zusammen. Ich gebe dir drei Tage, dieselbe Hausarbeit zu schreiben und du sitzt wieder am letzten Abend, nun ja, vielleicht auch in der Nacht da und stellst dein Literaturverzeichnis zusammen. Der Witz des Ganzen ist, dass sich das Ergebnis in den meisten Fällen sogar sehen lassen kann. Das geht auf den Endeffekt, wie ich ihn nenne, zurück. Wir neigen dazu, effektiver und effizienter zu werden, wenn wir die Ziellinie schon vor Augen haben. Wenn du dich regelmäßig dabei ertappst, Zeitfenster zu vergrößern, weil du alles richtig machen willst, was auch immer das bedeuten soll, dann setz dir eine kurze Frist und halte dich strikt daran. Und wie so oft, der Schlüssel des Timeboxings besteht darin, klein anzufangen und Timeboxing zunächst nur vereinzelt hier und da zu verwenden und dann seine Häufigkeit Schritt für Schritt zu steigern. Führe nun also einen Boxkampf gegen die Zeit und nutze Zeitdruck zu deinem Vorteil. Schritt 1. Wähle eine beliebige Aufgabe von deiner To-Do-Liste. Schritt 2. Schätze, wie lange du für ihre Erledigung benötigst. Wenn sie in zwei Stunden nicht zu schaffen ist, brich sie unbedingt auf mehrere kleinere Aufgaben herunter. Schätze erneut, wie lange du für ihre Erledigung brauchst. Schritt 3. Stelle den nun einen Timer auf die Hälfte der geschätzten Zeit und schließe die Aufgabe ohne Rücksicht auf Verluste ab. Der Effekt des Timeboxings besteht nicht nur darin, deine Arbeitskraft zu bündeln, sondern gerade auch darin, dir zu Beginn und am Ende des ausgewählten Zeitraums einen zusätzlichen Energieschub zu geben. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie kurz oder lang die Session ist, solange ihr Ende, ihr Abschluss, ihre Frist klar bestimmt ist. Du hast es geschafft. Du bist zu Punkt 5 gekommen. Und den habe ich ja am Anfang wirklich angekündigt. Ich habe gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das für dich ausprobierst. Du sollst jetzt dein Unterbewusstsein für dich arbeiten lassen. Viele werden jetzt sagen, die das sehen, die das hören, ist das nicht Hokus Pokus, an den man glauben muss. Und wenn du das meinst und wenn du mir keine Chance geben willst, dich vom Gegenteil zu überzeugen, dann klick das Video weg oder such dir einen anderen Podcast. Ansonsten wirst du jetzt etwas sehr Gewinnbringendes für dich entdecken. Ein ganz simples Beispiel dafür, warum dein Unterbewusstsein für dich arbeiten kann, ist, oder hast du vielleicht schon einmal erlebt, wenn du dir einen Wecker für morgens 7 Uhr gestellt hast. Die Uhrzeit spielt überhaupt keine Rolle. Du hast dir einen Wecker für morgens um 7 gestellt, in meinem Beispiel. Und wann bist du aufgewacht? Um eine Minute vor 7. 6.59 Uhr. Ohne, dass der Wecker ging, weil es ja noch nicht 7 war. Der Wecker war für 7 gestellt. Wer hat das gemacht? Ist das einfach Zufall? Gibt es sonst irgendeinen Grund dafür, warum du ausrechnet den Wecker dieses Mal nicht brauchtest? Ja, es gibt einen dafür. Dein Unterbewusstsein hat dich geweckt. Lass uns darüber reden, wie du dein Unterbewusstsein genau für dich arbeiten lassen kannst und welche drei Schritte du dabei berücksichtigen musst. Schritt 1. Bewusstes Denken. Ja, bewusstes Denken bleibt dir nicht erspart. Das ist die einzige Art von Arbeit, die du leisten musst, um auch von deinem Unterbewusstsein und seinem Output profitieren zu können. Denke ganz bewusst darüber nach, was genau du erreichen willst. Je konkreter, je spezifischer, desto besser. Was genau fehlt dir gerade? Was hast du noch nicht gelernt? Welche Fähigkeit möchtest du erwerben? Mal es dir ganz genau aus. Ergänzend kannst du Affirmationen entwickeln. Das kannst du dir relativ leicht merken anhand drei P's. Persönliche, positive Statements, die im Präsens formuliert sind. Ja, also persönlich, positiv, im Präsens. Was könnte eine solche Affirmation sein? Zum Beispiel, ich bin der Geilste. Das, was ich mir jeden Morgen sage. Kleiner Scherz am Rande, aber so würde es funktionieren. Diese Affirmationen kannst du dir entwickeln und in den Prozess des bewussten Denkens einbauen. Im nächsten Schritt musst du deinem Unterbewusstsein jetzt irgendeine Form von Input geben. Und im besten Fall das, worüber du bewusst nachgedacht hast. Als du dich gefragt hast, was ist es denn genau, was ich erreichen will? Oder was genau möchte ich sein? Persönlich, positiv, im Präsens formuliert. Du musst jetzt diese Gedanken irgendwie an dein Unterbewusstsein weitergeben. Da hast du ganz grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ganz viel entspannen und tagträumen. Und währenddessen das denken, was du erreichen willst. Die Affirmationen sagen oder im Kopf durchlaufen lassen. Du kannst viel spazieren gehen und Rad fahren und dabei einfach deinen Gedanken freien Lauf lassen. Du kannst vorher währenddessen und danach deine Affirmationen sprechen oder im Kopf durchlaufen lassen. Du kannst an das denken, was du genau erreichen willst. Du kannst das in Form eines Journals festhalten. Du kannst sagen, ich schreibe mir auf, was ich genau erreichen will. Ich schreibe Affirmationen in meinen Journal. Und du kannst darauf achten, dass du deine Täterwellen erzeugst. Und dann im Rahmen dieses Bereichs, des Täterbereichs, ganz gezielt darüber nachdenkst, was du eigentlich erreichen willst und wie du dich fühlen möchtest, was du persönlich positiv im Präsens gerne hättest. Täterwellen sind der Bereich, in dem du schläfrig bist, aber bei Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein, also kurz vor dem Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen im besten Fall. Da hast du die besten Möglichkeiten, auf dein Unterbewusstsein einzuwirken. Da kannst du also wieder an das denken, was genau du erreichen willst. Du kannst dir die Affirmationen vorsprechen oder sie im Kopf durchspielen. Das sind die Möglichkeiten, die du hast, wenn der Täterwellenbereich erreicht ist. Schritt 3 ist der Output. Denn irgendwie muss ja jetzt noch was passieren und da ist dann dein Unterbewusstsein gefragt. Sei jetzt darauf vorbereitet, dass dir Lösungsansätze einfach so in den Kopf schießen. Wir kennen das ja vom Duschen, als wir da immer die besten Ideen haben. Schreib dir kleinere, unerwartete, größere, wie auch immer Erkenntnisse auf, bevor du sie vergisst. Meditiere, schlafe ausreichend. Das ist alles, was dein Unterbewusstsein braucht, um vernünftig zu funktionieren. Oft ist es übrigens gerade keine Frage von Effizienz, also davon, ob du schnell lernst und übst und das auch noch gut machst, sondern gerade davon, ob du dir zu wenig Zeit für zu viele Dinge gibst. Aber darüber werden wir in einem anderen Beitrag sprechen. Wenn du bei YouTube schaust, werde ich dir jetzt hier ein Video einblenden, das sich der perfekte Lerntag nennt. Da werden viele Dinge von dem nochmal aufgegriffen, die ich heute gesagt habe und wir werden tiefer ins Thema Lernsystem und Tagesthemen im Rahmen der perfekten Woche einsteigen. Viel Spaß damit. Wir sehen uns nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.